Schutz, Brechen und Verlassen Japanische Weisheiten und Techniken Konzepte für Erfolg Raus aus der Komfortzone und rein in das Leben Lebenskunst und kontinuierliche Verbesserung im Alltag Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Shuhari ist ein traditionelles japanisches Konzept das den Weg des Lernens und Meisterns beschreibt Es stammt aus den Kampfkünsten, wird aber auch in anderen Bereichen wie der Kunst, dem Handwerk und sogar im beruflichen Kontext angewendet Shuhari gliedert sich in drei Phasen Shuh, Ha und Ri Diese Phasen repräsentieren die Entwicklung vom Anfänger bis zum Meister und spiegeln die Reise von der Nachahmung über die Anpassung bis hin zur Innovation wieder Shuh Die erste Phase, Shuh, bedeutet wörtlich Schutz oder Bewahrung In dieser Phase geht es darum, die Grundlagen zu erlernen und die etablierten Regeln und Techniken genau zu befolgen Der Schüler beobachtet, imitiert und wiederholt die Bewegungen des Meisters oder Lehrers ohne sie zu hinterfragen oder zu verändern Merkmale der Shuh-Phase Nachahmung Der Schüler folgt strikt den Anweisungen und Techniken, wie sie gelehrt werden Disziplin Disziplin ist entscheidend, da der Schüler geduldig und gewissenhaft die Grundlagen erlernen muss Respekt Der Schüler zeigt Respekt vor der Tradition und den Lehrern, da er erkennt, dass das vorhandene Wissen und die Techniken durch Generationen von Meistern weitergegeben wurden In der Shuh-Phase entwickelt der Schüler ein solides Fundament Die Wiederholung und der Fokus auf die Grundlagen schaffen eine starke Basis, die für das weitere Wachstum notwendig ist Es ist eine Phase des Sammelns und Bewahrens von Wissen, in der der Schüler Vertrauen in die Techniken und Prinzipien der Kunst entwickelt H Die zweite Phase H bedeutet brechen oder abweichen Hier beginnt der Schüler, die Regeln und Techniken, die er in der Shuh-Phase gelernt hat, zu hinterfragen und zu modifizieren Der Schüler entwickelt ein tieferes Verständnis und sucht nach Wegen, die Techniken an seine eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen Merkmale der H-Phase Anpassung Der Schüler passt die erlernten Techniken an und beginnt, sie auf unterschiedliche Situationen anzuwenden Kritisches Denken Der Schüler hinterfragt die Tradition und experimentiert mit neuen Ansätzen Individualisierung Die Techniken werden individuell angepasst, um effektiver und effizienter zu werden In der H-Phase entwickelt der Schüler Kreativität und Flexibilität Er beginnt, die Kunst auf eine Weise zu interpretieren, die seinen eigenen Fähigkeiten und Umständen entspricht Diese Phase ist entscheidend, um ein tieferes Verständnis und eine persönlichere Verbindung zur Kunst zu entwickeln Rie verlassen Die dritte Phase, Rie, bedeutet verlassen oder trennen In dieser Phase erreicht der Schüler die Meisterschaft und ist in der Lage, eigene Wege zu gehen Der Schüler hat die Techniken so weit verinnerlicht und weiterentwickelt, dass er nun in der Lage ist, eigene Ansätze zu kreieren und die Kunst weiter zu innovieren Merkmale der Rie-Phase Innovation Der Meister entwickelt neue Techniken und Ansätze, die auf den Grundlagen aufbauen, aber darüber hinaus gehen Autonomie Der Meister handelt unabhängig und ist in der Lage, anderen seine eigenen Erkenntnisse und Techniken beizubringen Meisterschaft Der Meister hat ein so tiefes Verständnis erreicht, dass er die Kunst vollständig beherrscht und weiterentwickelt In der Rie-Phase wird der Schüler selbst zum Meister Er hat die Freiheit und das Verständnis, um die Kunst weiterzuentwickeln und zu innovieren Diese Phase repräsentiert die vollendete Meisterschaft und die Fähigkeit, die Kunst an zukünftige Generationen weiterzugeben Techniken zur Anwendung von Shuhari Das Konzept von Shuhari kann auf verschiedene Weisen angewendet werden, um den Lernprozess zu optimieren Hier sind einige Techniken zur praktischen Anwendung Beginne mit dem Erlernen der Grundlagen und folge bewährten Methoden In der Shuh-Phase ist es wichtig, sich strikt an die traditionellen Techniken und Methoden zu halten Dies schafft ein solides Fundament und ermöglicht es dem Schüler, die grundlegenden Prinzipien zu verstehen und zu verinnerlichen Experimentiere und passe Techniken an, um sie für dich zu optimieren In der H-Phase soll der Schüler beginnen, die Techniken an seine eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen Dies kann durch Experimentieren und kritisches Hinterfragen der bestehenden Methoden geschehen Der Schüler sollte offen für Veränderungen und neue Ansätze sein Erreiche ein Niveau, auf dem du deine eigenen Ansätze entwickeln und anderen lehren kannst In der H-Phase erreicht der Schüler die Meisterschaft und beginnt, eigene Techniken und Ansätze zu entwickeln Es ist auch die Phase, in der der Meister seine Erkenntnisse und Techniken an andere weitergeben kann Um die Kunst weiterzuentwickeln und zu bereichern Shuhari ist ein tiefgründiges und wirkungsvolles Konzept, das den Weg des Lernens und Meisterns beschreibt Durch die Phasen von Shuh-Ha und H-Ri entwickelt sich der Schüler vom Anfänger zum Meister Diese Reise ist geprägt von Disziplin, Kreativität und letztlich von Innovation und Autonomie Die Anwendung von Shuhari ermöglicht es, ein tiefes Verständnis und eine persönliche Verbindung zur Kunst oder einem anderen Lernfeld zu entwickeln und diese Meisterschaft an zukünftige Generationen weiterzugeben Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Schutz, Brechen und Verlassen Shuhari ist ein japanisches Konzept, das seinen Ursprung in den Kampfkünsten hat, aber weit über diese hinaus Anwendung findet Es beschreibt drei Stufen des Lernens und Meisterns einer Disziplin Schutz, Brechen, Ha und Verlassen Diese Philosophie lässt sich auf viele Lebensbereiche anwenden und bietet wertvolle Einsichten in persönliche Entwicklung kontinuierliche Verbesserung und den Weg zu Erfolg Schutz Die erste Stufe, Shuh, bedeutet Schutz oder Befolgen In dieser Phase geht es darum, die Grundlagen einer Kunst oder Technik zu erlernen und die Traditionen und Regeln strikt zu befolgen Ein Schüler widmet sich dem intensiven Studium der etablierten Methoden, ahmt seinen Lehrer nach und versucht, jedes Detail zu verstehen und zu beherrschen Diese Phase ist entscheidend, um eine solide Basis zu schaffen Durch die Wiederholung und das strikte Befolgen von Regeln wird das Fundament gelegt, auf dem später aufgebaut wird H, Brechen Die zweite Stufe, H, bedeutet Brechen oder Abweichen Nachdem der Schüler die Grundlagen gemeistert hat, beginnt er, die Prinzipien und Techniken zu hinterfragen und zu analysieren In dieser Phase experimentiert er mit Variationen und Anpassungen, um ein tieferes Verständnis zu erlangen Das Brechen der Regeln ist notwendig, um kreative Lösungen zu finden und die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln Diese Phase erfordert Mut und die Bereitschaft, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen Verlassen, die dritte Stufe, Re bedeutet verlassen oder trennen Auf dieser Ebene hat der Schüler die Kunst so weit gemeistert, dass er die Regeln und Traditionen hinter sich lassen kann Er entwickelt seinen eigenen Stil und Ausdruck, der sich von den erlernten Techniken löst Dies ist der Punkt, an dem wahre Meisterschaft erreicht wird Die Fähigkeit, frei und spontan zu agieren, ohne an festgelegte Muster gebunden zu sein Der Praktizierende wird selbst zum Lehrer und kann anderen den Weg weisen Japanische Weisheiten und Techniken Japanische Weisheiten und Techniken sind tief in der Kultur verwurzelt und spiegeln sich in vielen Aspekten des täglichen Lebens wider Sie betonen Disziplin, Respekt, Geduld und ständige Verbesserung Diese Werte sind nicht nur in den Kampfkünsten präsent, sondern auch in der T-Zeremonie, Ikebana, Blumensteckkunst und der Zen-Meditation Ein Beispiel ist die Philosophie des Kaizen, was kontinuierliche Verbesserung bedeutet Kaizen ermutigt dazu, ständig kleine, inkrementelle Änderungen vorzunehmen, um Prozesse und Lebensweisen zu optimieren Diese Philosophie ist in der japanischen Geschäftswelt weit verbreitet und trägt maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes bei Konzepte für Erfolg Shuhari bietet ein mächtiges Rahmenwerk für Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen Es lehrt, dass wahre Meisterschaft nicht durch schnelles Lernen und sofortige Innovation erreicht wird sondern durch geduldiges Üben, tiefes Verständnis und das schrittweise Lösen von traditionellen Mustern Diese Herangehensweise kann auf Bildung, Karriereentwicklung, persönliche Beziehungen und kreative Tätigkeiten angewendet werden In der Bildung bedeutet Shuhari, dass ein Schüler zunächst die grundlegenden Konzepte und Methoden gründlich lernen muss, bevor er sie hinterfragt und eigene Wege findet In der Karriereentwicklung erfordert es, dass man zunächst die etablierten Prozesse und Standards eines Berufsfeldes beherrscht, bevor man Innovationen einführt und schließlich eine einzigartige, führende Rolle übernimmt Raus aus der Komfortzone und rein in das Leben Shuhari ermutigt dazu, die Komfortzone zu verlassen und neue Herausforderungen anzunehmen Dies ist besonders in der H-Phase offensichtlich, in der das Brechen der Regeln und das Experimentieren mit neuen Ansätzen gefördert wird Das Verlassen der Komfortzone ist oft mit Angst und Unsicherheit verbunden, doch es ist ein notwendiger Schritt für persönliches Wachstum und Erfolg Indem man sich neuen Herausforderungen stellt und kontinuierlich lernt, wird man widerstandsfähiger und selbstbewusster Die Bereitschaft, Risiken einzugehen und Fehler zu machen, ist entscheidend, um sich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erwerben Lebenskunst und kontinuierliche Verbesserung im Alltag Die Philosophie von Shuhari kann als Lebenskunst betrachtet werden, die eine kontinuierliche Verbesserung im Alltag fördert Es geht darum, stets bestrebt zu sein, sich selbst zu übertreffen und niemals mit dem Status Quo zufrieden zu sein Diese Einstellung führt zu einem erfüllteren und bedeutungsvolleren Leben Im Alltag kann dies bedeuten, dass man sich in kleinen Dingen ständig verbessert Sei es im Beruf, bei Hobbys oder in zwischenmenschlichen Beziehungen Es geht darum, achtsam zu sein, aus Erfahrungen zu lernen und bestrebt zu sein, jeden Tag ein bisschen besser zu werden Diese Haltung führt zu einer nachhaltigen und tiefgreifenden Entwicklung Shuhari ist ein tiefgründiges Konzept, das uns lehrt, wie wir Lernen, Entwicklung und Meisterschaft in verschiedenen Lebensbereichen erreichen können Es betont die Wichtigkeit von Disziplin, kontinuierlicher Verbesserung und der Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen Indem wir die Prinzipien von Shuhari auf unser Leben anwenden, können wir nicht nur beruflichen und persönlichen Erfolg erreichen, sondern auch ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben führen Die Lebenskunst, die in dieser Philosophie steckt, zeigt uns den Weg zu einer kontinuierlichen Verbesserung und einem ständigen Streben nach Exzellenz Danke für deine 5-Sterne-Bewertung, dein Daumen hoch und dein Like Freue mich auf konstruktives Feedback und Kommentar von dir Mehr im Buch Japanische Weisheiten und Techniken, Konzepte für Erfolg Raus aus der Komfortzone und rein in das Leben Lebenskunst und kontinuierliche Verbesserung im Alltag